Musik 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 Ich habe mir eine Frage, wenn ich seit 24 Jahren habe, Ich habe den Kriket im Kriket gespielt. Nach dem 24 Jahren, meiner Augen ist es dann nicht so, dass ich mir am besten hätte. Die Kriket jungen aus dem Kriket in den Runden ist das alles. Und in den 24 Jahren hat man andere Herausforderungen, wenn ich die Kriket für Kriket ein bin, dann hat man in den Kriket ein. Vielen Dank. Ich weiß nicht, warum es so fühlt sich, dass die Strecke nicht mehr hat und die Kricket nicht mehr hat. Nein, ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr überrascht habe. Aber ich denke, wenn ich mit 24 Jahren in diesem Jahr gesprochen habe, in short, dass es so viel zufrieden ist, dass es mir eine drüben Journey ist. Und ich habe keine Regretung, dass ich mich nicht verlassen habe. Ich glaube, dass es so eine gute Zeit war, dass es ein kampfes Spiel ist. Ich glaube, dass es ein sehr guter Spiel ist. Ich glaube, dass es im Start, im Jahr 24 Jahre ist, dass es schon ein kampfes Spiel ist. Ich glaube, dass es im Jahr 24-hantälen wurde. Vielen Dank. Vielen Dank. I think the body requires rest. Even though physically I am not playing for India, in my heart I will always be playing for India and praying for India's win. Whether I am a team or not, really doesn't matter. I think what I am thinking as an Indian is that if you participate in India, only in any field of cricket, India comes first and then the rest. I am humbled and honored that this award is bestowed upon me. This is for my contribution to cricket over the last 24 years. This award is for my mother. And not just, I would like to go a step further, since not just my mother, but like my mother, there are millions and millions of mothers in India who sacrifice thousands of things for their children. So I would like to share this award with all the mothers, for all the sacrifices they have made. The award belongs to the entire nation. I don't think I am so emotional. I don't think I am so emotional. Emotional was when I got a player as well as send off. I was always emotional when I got on the wicket and when I was back with the wicket. Actually, when I was talking with the wicket, I was always emotional. I think that when I saw that particular moment, I was emotional. So, this is what I would like to say that sometimes, you have to respect your time. And the challenges that I was in that time, were not a threat. They were very difficult. Sometimes I felt like my career was finished. I may not have to go back and back. Ich glaube, dass ich nach dem Tennis-Ambro-Surgery hatte, ich hatte einen Plastik-Band für den Arjun. Ich hatte den ersten Ball in den ersten Mal. Ich hatte den 10-10-12 Jahre alt. Ich hatte den Ball in 10-15 Yards. Ich denke, dass ich nicht mehr kann. Und in dem Moment, dass ich ein Versuch, dass etwas anders ist. Ich denke, dass ich keine Blessungen habe. Es war eine schwierige Phase in meinem Leben. Und in dem Moment, dass ich viele Menschen mit mir wiederkommen bin. Ich kann wiederkommen. Ich bin wieder 5 Jahre alt. Ich bin wieder auf 6.50 Uhr. Ich bin wieder auf 6.50 Uhr. Ich bin wieder auf 6.50 Uhr. Ich habe 6.50 Uhr. Ich habe das erste Mal geholfen. Ich habe einen Schweren und ich bin bereit für den Match. Ich habe eine Teile. und ich habe einen schönen Abend mit meiner Frau gefühlt. Es war ein ruhiger Morgen. Ich glaube, viele Leute haben mir ihre besten Wissen gegeben. Ich habe viel Zeit zu antworten, zu den SMS und zu bedanken, für alle die Unterstützung und die gute Wissen für die letzten 24 Jahre. Das war sehr ruhig. Ich bin hier in front of you. About the Ashes, ich denke, es ist etwas, ich bin sicher, dass die Nationen sehr freuen sind. Australien hat, und England, dass sie ein Punkt gehen können, dass sie sich in den nächsten Jahren und es gibt eine schwierige Zeit. und natürlich, Australien will, wollen sie zurückbauen. Und es wird sehr spannend sein. Ich sehe mich, Ich glaube, dass ich hier in Indien bin. Ich denke, dass er ein Teil der Studenten Squad ist, dann wird es interessant. Mein Lieblingsmoment gegen England war, ich würde sagen, zwei. Die ersten 100, die ich in Old Traffekt habe. Und die zweite Moment war in 2008. Wir haben 374 in Channah gegen England. Das muss sein, dass es eine spezielle Sache ist. Ich war sehr gut, weil es in meine Schule war. Denn die Balance war bei Hause. Niemand wurde mit meinen guten Erfahrungen gefeiert. Wir haben die Situation enden gefeiert. Wie in einer anderen Familie, wir haben eine Packung von Schweizer. Wir haben die Schweizer zu den Allmighty. für alles, was in meinem Leben passiert. Und das Prozess funktioniert. Even gestern, meine Mutter sagte, dass ich sie in der Zeit gesagt habe, dass ich sie in der Zeit habe. Und das funktioniert. Es ist etwas, was ich gelernt über die Jahre, von meinen Eltern. Das ist das, was ich erwähnt, als ich erwähnt habe, als ich erwähnt habe, wenn du wirst, wirst du wirst, wirst du wirst. Und das ist eine solche Sache. Der Reaktion zu mir, als ich zurückgebracht habe, war nicht so, wie ich performe. Es war mehr über die Eltern und ihre Kinder. Und es hat immer gesagt, dass ich sie in der Zeit habe. Erjun Tendulkar, als ein Vater, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, das, ich will, ich will, sagen, ich will, 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 das ist was ich erwähnt, das ist die Welt zu gewinnen, ich will, Die Zeit der Zeit, der die Schrift ist, wird uns überwachsen. Ich denke, dass ich das beste Mal sagen kann, dass wir in den 2 Jahren gewinnen haben, ich denke, dass wir in den Weltkup gewinnen haben. Es dauert ein paar Zeit, es dauert 20 Jahre. Aber das war das Jahr, dass ich mir das Glück habe. Das muss ich ein spezielles Moment sein. Und ich will auch sagen, dass es heute ein sehr schönes Tag war. Als die Leute antwortet haben, ich weiß nicht, wie ich reagieren kann. Ich möchte alle ein ganzes Dank sagen. Ich denke, es war wirklich, wirklich besonders. Ich habe gehört, dass jetzt 40 ist ein neues 20. Ich bin ein 20 Jahre alt und es funktioniert besser. Wir sind immer noch ein Kind. Das ist wie es ist. Wir müssen es zu sein. Cricket hat immer die Kind-like exuberanz. Ich hoffe, das ist der Fall mit allen Cricket. Wenn du ein Cricket holst, wenn du das will, du musst, du musst, du musst. Du musst, du musst, du musst. Das wird da sein. Es ist ganz super. Ich denke, in die Richtung, dass es ein wenig interessiert ist. Um einen Indianer Coach ist. Für mich, es muss ein properer Coach der aprende, und er ist eher ein Freund. Ich denke, wir alle wissen, wie ein Coverdreif zu spielen. Aber wenn etwas passiert ist, es ist nicht technisch wie es, sondern es ist zwischen den Eern. So, wer kann man sich mit, das ist, was eventuell ist. So, ich finde, Coach ist ein Coach. Es ist wirklich nicht wichtig, wo er kommt von. Als es sich zwischen dem Coach und dem Player ist ein healthyes Relationship, wo er mehr Freunde ist. Und wenn ein Problem ein Spieler hat, dann sollte er sich mit dem Coach und auch für ein Fakt, dann sollte er sich mit ihm sein. Das ist wirklich wichtig, denn es ist sehr wichtig, denn es ist so wichtig, dass es so wichtig ist. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.